Jetzt müssen wir zurück und unsere Gemälde anschauen. Warum gibt es hier keine Abkürzung? Genau, Rail oder sowas? Ja, wir müssen bestimmt da hinten dann durch. Da habe ich das dumme Gefühl. Ich sehe hier noch keine wirkliche Abkürzung. Moment. Was ist das? Da ist erstmal der noch. Achso, ich komme von hier aus nicht hoch. Wenn ich jetzt die Säule hier wegschmelzen könnte, wäre das natürlich schön. Geht natürlich nicht. So. Ich bin in dem Augenblick nicht mehr sicher. Hey. Das ist nur schönes Gemälde. Night's Quest. Ich habe, ich brauche, ich bleibe dir sitzen und ich male dir ein Meisterwerk. Wir warten weiter. Geduldig. Wie bei den anderen fünfmal mindestens. Wir warten weiter. Wir warten weiter. So. Nicht stressen. Nicht stressen. Künstlerische Freiheit und so. Außerdem kann ich da ein Stückchen Schokolade naschen. Bist du bald fertig? Wolle mal ein Bruchet bitte aufzureden. Mein Gesicht sieht so aus wie, wie sagen wir doch gleich, ein Baum mit dem Mitten. Die krabbeln durch die Rinde ist scheußlich. Ich mache es besser. Voila. Meine Arbeit ist fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der Feindschliff. Soll ich noch was zur Perfektionierung hinzufügen? Nette Narbe. Vorsteinflößende Augenklappe. Endmännlicher Schnurrbart. Nette Narbe. Sind du? Die Bild ist fertig. Das bist du, aber cooler. Ich würde es schätzen, wenn du mich bei deinen Freunden empfiehlst. Gästeliste aktualisiert. Du hast... Ach du Scheiße. Du hast dein Gemälde in eine Maske verwandelt. In dieser perfekten Tarnung siehst du deutlich cooler aus als zuvor. Ernsthaft. Toll. Da hinten ist ja auch noch was, da muss ich gucken. Also irgendwie... Ja. Schnellreise und so würde mich halt echt faszinieren, wenn wir das mal hinkriegen würden. Silber haben wir noch keine für ein Stück, ne? Wir haben gar kein Silber gerade. Wir haben nur Eisen und Kupfer. Wir brauchten aber Silber für die Heimatstadt. Hier Steinhardt, Haufenarbeit. Komm später wieder. Fünf Stücke so hoch. Der erste ist Kopf über für jemanden, der mit Jungs das Wasser springt. Die Quests sind alle abgehakt, so wie das aussieht. Hier sind nur noch ein paar Punkte, die man da sammeln muss. Wir sind hier zum... Keine... Quests. Wir müssen zurück zum Spitzbären. Und ich brauche mehr Heelung. Heelung. Das ist so ein Geilswort. Heelung. Nein, Heilung meine ich nicht natürlich. So, da gucken wir mal, ob er uns jetzt rein ist. Die da unten versuchen wir später mal diese... Endposter. Könnten die das sein, dass die mir das hier geben, dieses rote, dunkelblaue? Komm halt die schon wieder ne Quest. Jetzt soll man das denn machen. So, lässt du mich jetzt rein? warte mal ich was für eine nette nalbe viel spaß genau danke das selikt aktualisiert auch interessant aus spitze wo ist ja wenn wir da reingehen bestimmt willkommen bei der frischbitte nur die coolsten abenteuer kommen hier rein und das meine ich finde ich ganz egal was einige leute das ist einfach eine tatsache alter ok das ist eine frosch spitze ist eine disko alter wie geil das ist ja cool das ist eine bar das ist eine die Kann ich mir was wünschen? Ich höre ihn hier. Okay, damit haben wir zwei. Da oben ist der Schlüssel. Okay, wir müssen einen Weg nach oben finden. Das sind eigentlich meine Quests jetzt gerade. Gehalte lauptlos von Galtia, die kalten Quellen zu betreten. Okay. Bestimmt der große Typ hier in der Mitte. Oh, Typin. Klasse, ja. Ich kann sehen, wie du da stehst und mich anstehst. Was willst du? Nach den kalten Quellen. Nach den kalten Quellen wird dir davon erzählt. Das ist mein privater Erholungsort. Genau wie meine private Pagode und dieser Club, den ich ebenfalls besitze. Was führt dich hierher? Ich suche nach der Legende allein, weil ich möchte mich entspannen. Ivan treffen. Nö. Wir sind ehrlich. Eiswaffe. Der Frusthammer. Der verrückte Ivan ist der Besitzer des Hammers. Er war meinst mein Geliebter. Er ist ein harter Gegner, selbst für einen Geisterritter. Deshalb habe ich sie ihm auch gegeben. Meine Liebe meine ich. Die Waffe war nur meine eine Formalität. Seit dieser Liederkristall am Himmel aufgetaucht ist, wusste ich, dass es nur eine fragte Zeit sein würde, bis jemand auf der Suche nach Ivan herkommen würde. Ich kann an deinen Waffen erkennen, dass du bereits die anderen beiden Gläserritter besiegt hast. Wirklich beeindruckend. Der erste Typ war schon besiegt, als ich dort ankam und der zweite hat mir die Waffe freiwillig gegeben. Wenn man es ausspricht, hört es sich nicht besonders beeindruckend an. Man muss es wohl selbst lebt haben. Wusstest du, dass wir Hüter dieser Waffe einst in unsere eigenen Händen führten? Das waren noch Zeiten. Was würde ich dafür geben, mich erneut in die Schlacht zu stotzen und meine Feinde mit einem mächtigen Hammer zu schmettern? Doch leider sind diese Zeiten vorbei. Wir haben Champions ausgewählt, um uns zu vertreten. Ivan wurde von mir höchst persönlich als mein Champion ausgewählt. Aufgrund seines Könnens im Kampf. Die von Ivan und den anderen Geistern wieder geführten göttlichen Waffen haben für mehrere Tode gesorgt. als die letzten solchen zusammen. Und nun sind sie im Besitz von dir? Hey! Ich weiß. Ziemlich beeindrucksvoll. Weißt du, ne? Wenn du nach Ivan und dem Hammer suchen willst, findest du sie irgendwo in meinen privaten kalten Quellen. Normalerweise verlange ich 5000 Gold für den Eintritt. Aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme, weil du nach einer Nachricht für mich überbringst. Klar doch! Sag Ivan, dass ich Klasia, Herrscherin des Eises, hiermit befehle, sich zum Tode zu bekämpfen. Der Gewinner wird anschließend die kalten Quellen von den bösen Monstern befreien, die dort ihr Unwesen treiben. Wie die ganzen Leute, die sich nicht auf der Gästeliste befinden. Der Sieger wird zum Geisterritter gekürt und darf alle drei göttlichen Waffen führen. Haha! Ich dachte eben kurz, du hättest bis zum Tode gesagt. Na schön. Ich schreibe es dir auf, damit du es nicht vergisst. Zeige dem Rauschmaß aber in keinen kleinen Das hier, damit er dich hineinlässt. Erhalte magelos leider. Die Gästeliste abgeflogen. Die Gästeliste ist alles. Okay. Artefakte füllen sich hier auch langsam. So. Da kamen wir rein. Ist hier noch jemand zum Quatschen? Irgendwie immer nach oben kommen. Hallo Freundchen, bestimmt los. Hat der Willen. Hallo Freundchen, hallo. Siehst du hier mal die Hose-Richtscheine? Man sieht den hinteren. Tja. Ekelhaft. Warum funkelt denn da drüben noch was? Also hier haben wir jetzt beide gefunden, ja? Beide schleimiges. Das heißt, es fehlt nur noch dieses Ding da oben drauf. Und da weißt du noch nicht, wie ich da hochkomme. Es muss doch eine Methode geben, um da hochzukommen. Kann ich mit ihm handeln? Verkaufen. Uh. Äh. Kupfer haben wir auch weg. Kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und Eisen würde ich auch soweit. Brauche ich jetzt nicht. Wir lassen vielleicht einfach nur einen, damit wir einen Slot haben. Ach, brauchen wir nicht. Und hier gibt's Tränke zum kaufen. Ich hab jetzt mal drei Tränke gekauft. Regnet die vorübergehend eigentlich ein großer Intesse. Ich dachte das wär ein normaler Trank. Scheiße. Mist. Einen Schaden verringern wollte ich jetzt eigentlich nicht, das ist nur ein Buff-Trank. Verkaufen die voll. Wo sind die Wachen? Da sind die Wachen. Da kommen wir bestimmt erst später hoch. Weil hier müssen wir uns hoch. Vielleicht von der Seite. Mal schauen. Ah, hier geht's. Wow. Damit ist das Level sogar abgefrühstückt. Was bist du für eine? Hallo Freundchen. Was geht ab, Bro? Nix, Alter. Okay, gut. Da kommen wir raus. Wir müssen jetzt wieder zum nächsten Punkt. Ich hätte gern was zum Heelen, wo wir uns mal wieder komplett hochheelen können. Dann können wir rutschen um runter. Aber selbst hier haben wir sowas nicht drin. Na wunderbar. Haben wir das Level wenigstens komplett abgefrühstückt. Und jetzt müssen wir... Wart mal, wenn wir das hier machen können, dann können wir das vielleicht auf der anderen Seite auch machen. Und dann da hinten den Ding sammeln. Genau. Dann haben wir den gefunden. So. Oh. Was haben wir denn hier? Uh. Wow. Mega Verband. Ich nimm Jao mit. Wunderbar, und dann gucken wir weiter. Wir brauchen unbedingt mehr Platz im Inventar. Wenn wir hier so eine Schnellreise-Funktion hätten, wäre das richtig geil. Aber die haben wir leider nicht. Und so muss ich halt ständig erstmal warten, bis wir in der Nähe sind. Eisbergfluss. Müssen wir nochmal da rüber. Ne, da hoch, ne? Da war doch da oben der Durchgang. Oder da hinten? Was steht denn da vor? Sieht aus wie Geister. Och, du Scheißvieh. Mann, hat er mich gerade erschreckt. Hier steht eine gefrorene Frau. Lass auch nachgehen. Hm, ich frage mich, ob ich sie auftauen kann. Ich sollte herumfragen und sehen, ob hier jemand in der Nähe gegen etwas weiß. Gänsehaut-Hochzeit. Okay. Können wir die Quest wechseln? Oh, ne? Äh, wir aktivieren mal die Quest. Und guck mal. Dahinter sind viele Kisten. Vielleicht bringen wir das ja ein bisschen weiter. Bevor wir hier mit der Hauptquest weitermachen. Wir müssen hier scheinbar nochmal zurück. Das wird ein neues Sidequest sein. Das ist mir ja schon klar. Aber wir probieren es trotzdem. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir es gleich. Lass mich im Ruhr. Was? Gehen wir gar nicht drauf ein. Hat mir jetzt nicht wieder irgendwelchen Quatsch nebenbei mitgenommen? Den Huf. Den Huf können wir dann zumindest dann schon wieder verkaufen. Wieso das hier nicht funktioniert mit den Schnellreisen? Vielleicht kommt das noch. Ich könnte mir vorstellen, dass das Schnellreiseportale sind. Das heißt, die drei Energien müssen halt zusammen sein. So, nur dann kann man schnell reisen und so. So lange muss man halt ständig laufen. Weißt du, warum die Leute da draußen gefroren sind? Tut mir leid, kein Schimmau. Wir sollen hier nachfragen. Kann das vielleicht der Typ sein, der oben versteckt herumstellt? Das war der einzige, der jetzt so mit mir ordentlich quatschen wollte. Klar ist ja, kann sein, dass die mit uns redet. Oh, die hat einen Trickfest. Er würde uns da nicht hinschicken. Ich schreibe mal mit dem anderen Typen. Hallo Freundchen, weißt du, warum? Oh, die, kein Blau. Also, wir probieren erst mal den Typen oben. Habe ich so ein Gefühl. Den beiden können wir nur kurz quatschen. Hallo Freundchen, weißt du, warum? Tut mir leid, kein Schimmau. Kein Schimmau. Weiß gefroren, keine Ahnung, wovon sprichst du? Vor allem, wir haben Feuer dabei, wir können die da auftauchen. Da passiert doch schon nichts. So sehe ich das jedenfalls. Das ist der einzige Typ, der so ein bisschen abseits versteckt steht. Was geht ab, Bro? Warum ist diese Frau gefunden? Oha, das weißt du nicht. Na gut, soll ich dir alles darüber erzählen? Klar. Okay, also vor langer Zeit war das so eine Hexe. Sie hatte keine Freunde und war die ganze Zeit so launig drauf. Also, diese Frau war stinkreich und beschloss hier einen kampfensicheren Zombie-Apokalypse-Bunker zu bauen. Ziemlich krass, oder? Jedenfalls war die Hexe voll neidig auf sie und so. Also, düste sie mit ihrem Besen herbei und verfluchte sie. Jetzt ist sie halt für immer gefroren oder sowas. Weißt du, mein Bruder Jordan drüben in der Hafenstadt von Ragea ist da voll der voll der Geschichts-Experte. Das weißt du bestimmt mehr darüber. Uh. Das heißt, wir müssen nach Ragea. Den Spaß mach ich mir jetzt. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir nochmal in die Stadt kommen. Wir nochmal Eisen abbauen können. Wo ich mal gleich gucken kann, ob der Schleimhorn da sein soll. Angeblich soll ja ein Ragea sein. Ich weiß auch nicht. Werden wir jetzt sehen, wie schnell wir da hinkommen. Ja, da können wir mit ihm reden. Er kann uns das erklären. Ja, ja. Hab keine Zeit. Das war dumm. Das war dumm. Das war noch dümmer. Warum gefrieren denn die Rails wieder? So laut, wie ich den höre, müsste der direkt an uns hängen. Alter. Gut versteckt, mein Kleiner. Gut versteckt. So, wir müssen jetzt hier raus. Ach so. So. Jetzt wieder ein Wettrennen. Das wird nun wieder Ewigkeiten rennen, bis wir da irgendwie wieder zurück sind. So, wir müssen in dercke. Toll. So, ich weiß. So, ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020